Ein 25-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Ried im Innkreis hat am Sonntagabend einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem drei Personen verletzt wurden. Der Lenker war betrunken und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit. Der Unfall ereignete sich gegen 19.30 Uhr. Der 25-Jährige fuhr mit seinen drei Freunden in Richtung Schildorn, als ein Tier über die Fahrbahn lief. Der Lenker verriss das Fahrzeug und kam nach rechts auf das Straßenbankett. Der Wagen wurde in die Wiese geschleudert und überschlug sich mehrmals. Eine nicht beteiligte Autofahrerin aus Deutschland alarmierte sofort die Rettung und leistete erste Hilfe. Der Lenker wurde schwer verletzt ins Krankenhaus Ried gebracht. Ein Alkohol-Test ergab einen Wert von 2,24 Promille. Der 19-jährige Beifahrer des Lenkers erlitt leichte Verletzungen. Der 16-jährige Mitfahrer auf dem Rücksitz wurde ebenfalls leicht verletzt. Der dritte Mitfahrer blieb unverletzt. Das Auto des Lenkers wurde bei dem Unfall total beschädigt.